hallo und herzlich willkommen zurück hier bei agents of mayhem mit mit dem ralf und der letzten folge haben wir gar das sandberg gelegt und was wir in dieser folge machen weiß ich noch nicht denn es geht nahtlos weiter und ich habe noch nicht nachgeguckt ich bin bloß schon mal zurück zur art gegangen und was man als erstes jetzt machen wir schicken erst mal schul zum nächsten und es gab eine kampf verbesserung in vier minuten ist es fertig und was haben wir noch schönes den letzten keller rekrutieren dann machen wir das doch so 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 Tut mir leid, wir befinden uns immer noch bei der gleichen Aufnahmesession, bei der ich das aufnehme und dementsprechend ist mein Hals mir noch nicht weg. Oh je, jetzt machen wir aber trotzdem weiter. Lasst euch dafür nicht stören. Ich versuche das Rollspawn so gering wie möglich zu halten. Ich hoffe, du kannst so viel Rollspawn machen. Aber warum hat denn der wieder gewechselt? Ich habe noch den anderen gehabt. Und wenn du mich brauchst, dann telefon dich. Schöner Sadech. Klappe, wir müssen doch reisen. Schöner Sadech. Ja, jetzt geht's... ...musik so. Schöner Sadech. Oh, 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 oh. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für heute. Okay, ich muss erstmal hier rauskommen. Okay, ich muss erstmal hier rauskommen. Okay, ich muss erstmal hier rauskommen. Dann gehen wir halt mal zurück zu Ark. Oh ne, doch nicht. Sie sehen, dass jeder Frau hat eine Geschichte. Ich habe Millionen. Das Problem ist, dass sie welche zu erzählen sind. Die Vergangenheit ist nicht mehr schraubt als mein Gesicht. Die Vergangenheit ist nicht mehr schrecklich. Das ist wie ich es. Das ist wie ich es. Für andere nicht wissen, ob ich ich schreie oder schreie. Aber diese Zeit, ich mache wenigstens. Und einige von den Geschichten, die ich erzähle, sind wahr. Someday, die Leute wissen, warum ich kämpfe. Aber für heute, meine Geschichten sind sicher mit Persephone. Die einzige Frau, die ich mit mehr Geschichten habe, die mehr Geschichten als ich. Interessant. Hmm. Ja. 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 cheat schnetzei schnell schnell Wenn sie da noch laufen könnte, das finde ich ein bisschen assi, dass sie dann stehen bleibt. Waffe, die Kinder. Scheherazade greift mit ihrem persönlichen Schwert an und führt eine Kombi mit drei Treffern aus. Beim genauen Ziel nimmt die Ninja ihre Wurfsterne oder Wurfmesser. Ja. 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 Finde ich nicht nett, wie die sich gegenseitig ausspielen. Meme Fähigkeit Tarnmodus, Shere satt wird unsichtbar, in dieser Zeit schickt sie Feinden mit Angriffen aus der Tarnung heraus zusätzlichen Schaden zu, diese Kills geben ja außerdem noch Befähigung. Hmm, ich habe ein paar strange Energien. Was? Was ist passiert? In der Zeit, ich habe ein Legion Chattel zu dispenzen mit. Jetzt fragen ich mich, warum ein Legion Goon immer versuchen zu dwartet mich? Ist es weil ich mit Mayhem arbeiten, oder ist es weil ich etwas anderes? Handel! Ich habe das Gefühl, dass du Dabalon hast, wenn du diese Kinder beschädigst, ja? Aber warum? Oh, noch mal? Das ist ein Schäherazade. Das ist ein Schäherazade besser. Well done, now to see what's happening here. Das war's. Ach, das ist da oben. Hä? Das habe ich doch gerade gemacht. Oh, wo liegt denn da? Ah, da war's. Ah, da war's. Wollt doch nicht drüber. Oh. Interessant. Interessant. Neun Agenten halten. Cherazat freigeschaltet. Neue Gadgets erhalten. Die ungesehene Hand. Cherazat ist für ihre Leistungsfähigkeit bekannt und landet einen automatischen kritischen Treffer, wenn sie aus der Tarnung heraus angreift. Raffinesse hat ihre Vorteile. Ole. Geh mal zu dir auch. Aha. Wo kann man's aussehen? Da, fast 60% für dich. Hey, ich will doch nur... Ach, komm. Pride Activity reported. Agent. Our next target is Buckley Roberts, alias Steel Toe. Last seen at the August Gaunt concert. We have intel he just received at Major Shipment. We can intercept it at the Cargo Depot. But first, you must understand what you are up against. Buckley Roberts, never valued human life. He thought that we were oblivious. Ignorant of our days tucking away. That at our core, we were vulnerable. Powerless. He became convinced that technology was an umbilical cord to immortality. Now, his life revolves only around the next upgrade. The next enhancement. Steel Toe is an addict. Hunting for transcendence. Stop him quickly. Before he becomes something far more dangerous. Das ist schon mal ein Spacken. So, dann haben wir Europa fertig. Gebiets-Schlüssel. Ja, dann machen wir mal hier oben weiter. So. Dann haben wir hier die Rekrutierungsmission von der Gutsche Reset. Das machen wir gleich mal. Ich finde die cool, deshalb nehme ich die jetzt mal mit. Was hat denn diese Skins noch? Oh, der quält mir. Purpurclan. Nett. Da haben wir leider ja noch nichts freigeschaltet. Also. Belastung ist mal dabei. Machen wir mal ein reines Frauenteam hier. Und die müssen wir leveln, weil die kriegt dann Schilddurchbrechung. Jetzt haben wir dann zweimal hier das hier. Aber die Schere Reset war auch gerade ziemlich kraftvoll. Also, hören wir mal rein. Wir sind alle zurückgekommen. Wir sind alle zurückgekommen, verstehen Sie? Wir sind hier raus. Wir sind alle bereit für die Abenteuerung? Wir sind alle bereit für die Abenteuerung? Wir sind alle bereit für die Abenteuerung? Oh. Wie läuft's so schön schnell? Spannende 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 Scheherazade Spannende 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 Sp Nur diejenigen, die da sind, können sie wissen. Ich kann nicht sagen, was ist mehr Infuriating, deine Riddels oder deine Lüge? Ich bin jetzt im Depot. Du hast nicht viel Zeit. Kannst du die Rifts mit deinem Amulett? Ja, unsere Präsenten sehr können die Farbe von diesem Universum. Dann mach das mit Tast. Das hat ein schönes Blut an. Scheherazade. Es ist schon lange. Persephone hat dich wiederholt und wiederholt. Es sind die Rifts. Sie will etwas von ihnen. Ja, ich weiß, was sie will. Es ist eine von Babylon's exotischen Weaponsen. Und ein kleiner von dem. Das ... Errand ... ist hinter dir. Ich bin nur die Rolle von der Dutiful Servant. Die Risse erinnern mich stark an den Riss von Doctor Who. Oh ... ... Das ist eine Veröffentlichung. Es ist ein Klingel. Höhe ... Wann ... ... ... ... ... Ah, das sehe ich denn das. Scherazard, was have you found? I closed the rifts, but new ones are opening. How is that possible? I can feel ripples and folds in the fabric. Babylon has set something terrible in motion. Then you must close them before it's too late. What did he bring across from the other side? We have no time for stories now. One is Divinity. Be careful. Legion is firing an ice barrage. They can slow me down, but they cannot stop me. Two is balance. Three is magic. Five is woman and man. A piece of the puzzle. Six is perfection. Six is perfection. Six is perfection. Seven is creation. Is that what you're done off to? Eight is power. Impressive. Nine is wisdom. Ten is wisdom. Eleven. 11 ist Discord. 12 ist Zeit und Zeit. Ist es fertig? Ja und nicht. Die Riffen sind größer als vorher. Das Reaktion von Shayne? Wenn es so ist, dann ist alles verloren. Aber ich kann es aufhören. Aber du musst mir sagen. Was hat Babylon von der anderen Seite gebracht? Du hättest unsere Realität aufhören. Nur um deine Überraschung zu erfüllen? Ich nenne deinen Bluff. Schnapp die Riffen und wir sprechen. Das Teilen in Relative Dimensions in Space war schon eine Einspielung auf Doctor Who mit der TARDIS. Weil das ist was TARDIS heißt. 2 lord Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Ah, there you are. Scheherazade, have you closed the rifts? How strange. What is it? The thing Babylon brought across the rift. It's small, isn't it? Perhaps. It can fit in the palm of your hand. A robot hand, in Babylon's case. You promised to tell me. As you said so eloquently earlier, it is a secret knowledge. Then we are done here. Welten in Welten abgeschlossen. Das gab ein Haufen EP. Neues Gadget erhalten. Rauchläuferbombe. Ziele erleiden durch Schere, Satt, Teleportsprung. 150% zusätzlichen Schaden. Überraschung, ich hab was für euch. Money in the Bank. Neuer Waffenskin. Feierklingen. Ja. Please, help the World Vehicle Fund. Rehome abused and neglected rental cars. They have so much to give. And are deserving of a forever home. Guck, guck. Hehehehe. Somit werden wir auch wieder am Ende dieser Folge angelangt. Und ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zusehen. Und hoffe, ihr habt euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mir ein Like, dann kompiliert und Kommentare, was ihr so geil findet. Und was nicht. Und was ihr feiert und was nicht. Je nachdem. Und wie ihr diese neue Heldin Scherzade so findet. Und wenn euch grundsätzlich so gefällt, was wir so ein Blitzens für euch treiben, da könnt ihr einerseits unsere Videos in den sozialen Plattformen teilen. Somit helft ihr uns zu wachsen und unsere Community zu stärken. Des Weiteren könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen und die Notation dabei betätigen, dann bitte mitbekommt, wenn wir live genommen im Video von uns online geht. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.